Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ja, wie ihr in der Überschrift wahrscheinlich schon lesen könnt, fahre ich am Wochenende auf das Ruhrpott-Rodeo. Ich denke mal, dass zu 90% von allen Zuschauern hier sich jetzt fragen, was zur Hölle ist ein Ruhrpott-Rodeo? Es ist kein richtiges Rodeo, falls ihr das jetzt denkt. Nein, das Ruhrpott-Rodeo ist ein Punk-Festival, wobei Punk-Festival, ich bezeichne es nicht mehr als Punk, weil es ist gemischt. Nennen wir es gemischt. Wenn ich sehe, dass da dieses Jahr auch Hardcore-Bands mitspielen oder Bands, die absolut überhaupt nichts mit der, in Anführungszeichen, Szene zu tun haben. Naja. Ja, ich werde schon Freitag direkt nach der Schule dahin fahren. werde auch erst am Montagabend wiederkommen. Das heißt, es gibt bis Dienstag keine Videos. Nur damit ihr es wisst. Und das war eigentlich auch schon alles. Nicht damit ihr euch fragt, warum kommen keine Videos? Freitags kommen eigentlich immer Videos, auch wenn du dann danach über das Wochenende weg bist, aber so weiter und so fort. Ja, ich bin aber Freitag weg, Samstag weg, Sonntag weg und Montag weg. Und ja, aber eine positive Sache gibt es trotzdem. Und zwar, ab nächste Woche fahren meine Eltern in den Urlaub. Und das heißt, ich habe die Bude für mich alleine für ein paar Wochen. Und ja, da wird auf jeden Fall aufgenommen. Da habe ich Zeit zum Aufnehmen ohne Ende. Da freue ich mich schon richtig, richtig, richtig drauf. Ich werde es zwar nicht schaffen, mehr als ein Part am Tag hochzuladen wegen Schule und so weiter, weil Schule besteht ja weiterhin trotzdem noch, ne? Ist ja nicht so, als ob die auch im Urlaub wäre, aber gut. Ja, aber trotzdem. Finde ich recht geil. Und ja. Dann wisst ihr Bescheid. Also wie gesagt, es werden erst wieder Dienstagsparts kommen. Nur damit ihr es wisst. Und ja. Ich würde dann sagen, bis Dienstag. Oder je nachdem, wann euer Projekt kommt. Ich weiß ja nicht, was ihr guckt. Danke fürs Zuhören. Und ich sage bis zum nächsten Part. Was auch immer ihr guckt. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.